Viele vorauswacht. Es kann losgehen. Bravo 6, nähere mich dem Garten hinten. Bravo 6, hier ist Lerber 2. Unterwegs in die westliche Kasse. Bestätigt. Lerber 6, wir gehen rein. Ich setze Wasser auf. Still. Wir nehmen Kontakt zu einer ultra-nationalistischen Gruppe auf. Nach den Angriffen übernehmen sie... Nimm den Forderlach. Oh, scheiße. Sicher. Alpha 3, geh durch die Wolle-Tür rein. Bravo 6, unterwegs zur ersten Etage. Feind getroffen. Ziele hinter der Tür. Nein! Zwei Ziele ausgeschaltet. Bestätigt. Siehst du, dass das Geschoss sicher ist? Erste Etage gesichert. Mieler. Bravo 6, gehen in die zweite Etage. Blendgranate von Zwölkern. Warte! Warte! Etage gesichert. Treffpunkt, Treppe. Ich warte. Bravo 6 übernimmt die dritte Etage. Geziert, ihr Schüsse. Los! Hände hoch! Los! Warte! 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 Bitte! Nicht bewegen! Nicht gewahrsam nehmen. Das Kind soll still sein. Gesichert. Letzte Etage. Geh vor. Abgeschlossen. Ich darf sie möglichst leben. Runter! Sofort runter! Nicht schießen, bitte! Sie wollten mich töten! Nicht bewegen! Sie haben mich eingesperrt! Töte sie! Sicher! Alle Teams. Gebäude sicher. Extraktion starten. Wir standen, Bus. Roger. Durchsuchen, Sergeant. Irgendwas ist hier. So eine Scheiße. Sie wollte nach dem Zünder greifen. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten. Wir kennen die Position des Wolfs. Der Dachboden des Al-Katala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramasar-Krankenhaus in Ur-Sextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Al-Katala verschanzt hat. Farahs Truppen beobachten Terroristenaktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas.